So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das ist die zweite Folge zu der App Pogeraid, denn ich habe schon mal eine Folge zu Pogeraid gemacht, zuhören. Das ist dieses Video, Pogeraid, eure neue Lieblings-App für Raids. Das war die Folge 938, die hat mittlerweile 25.000 Aufrufe. Da habe ich das Ganze extrem ausführlich, aber für viele auch zu langwierig erklärt, aber wenn ihr euch die App wirklich das allererste Mal runterladet, dann ist es vielleicht trotzdem hilfreich, das zu sehen, wenn ihr die runterladet, wie erstellt ihr ein Profil, wie gebt ihr eure Region an, wie fuchst ihr euch erstmal rein, die ersten Schritte, bis ihr dann in der App seid. Das ist alles für die Einstellungssachen, könnt ihr theoretisch das alte Video nehmen, das alte Video werde ich auch unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Jetzt wurde aber gefordert, Ramses, kannst du mal bitte ein aktuelles Video machen, ein kürzeres, ein schnelleres, wo man ganz genau, kurz nur einfach sieht, wie das bei Pogeraid abläuft und das möchte ich jetzt heute mit euch machen. Ich habe mir Pogeraid also nochmal runtergeladen, steht hier oben links. Ich gehe auf die Pogeraid-App und es hat sich einiges getan bei Pogeraid. Wenn ihr hier mal so guckt, habt ihr zum Beispiel, was ist das? Keine Reservierungen, hier, Raid-Räume, zack, geschlossen. Das ist der von damals, 2020. Ihr habt auf jeden Fall hier einen Bereich, da ist ein Geschenk unten. Füge mich hier hinzu. Viele Leute sagen immer, Ramses, ich suche Freunde, ich suche Freunde. Bei Pogeraid könnt ihr nicht nur Raids machen, ihr könnt auch Freunde suchen. Ihr könnt theoretisch euren Code mit eurem Profil, das wird alles verifiziert, dass man da alles sieht von euch, also euer Level, euren Dings, sonst was, dass man ungefähr eine Ahnung hat, wer ihr seid. Dann könnt ihr hier unten einfach auf, hier drüben einfach auf dieses Scan-Symbol und schon wird der Freundschaftscode von der jeweiligen Person kopiert. Wenn ihr neue Freunde sucht, könnt ihr also gerne auch einfach hier rein, könnt ihr da gucken, wer hat ein gutes Level, wer macht einen guten Eindruck, nehmt die einfach mit. Ansonsten habt ihr hier Trainerbewertungen, was ich sehr gut finde. Wenn ihr geradet habt, könnt ihr Bewertungen hinterlassen. Wenn ein Hoster euch besonders gut gefallen hat oder wenn irgendwas komplett verkackt war, könnt ihr das auch schlecht bewerten. Ich habe letztens mal einen Raid gemacht, am 7. und habe dem auch 5 Sterne gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich benutze die App normalerweise nicht, habe das jetzt aber für euch eben mal probiert. Deine Münzen, ihr könnt täglich, wenn ihr euch einloggt, Münzen bekommen. Oft war die Frage auch da, was macht man mit den Münzen? Diese Münzen könnt ihr nehmen, um zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, wenn ihr selber einen Raid hostet dort, es werden ja so viele Raids gehostet, ihr könnt mit den Münzen euren Raid immer wieder on top pushen, dass der wieder weiter oben angezeigt wird, dass sich die Leute euren Raid eintragen. Münzen könnt ihr theoretisch kaufen, ihr könnt die aber auch einfach im Spiel selber verdienen. Wie gesagt, durch das tägliche Einloggen, bekommt ihr da Münzen. 100 Münzen braucht ihr, um euren Raid zu pushen, dass der oben steht. Ich habe selber noch nie einen Raid hier drin gepostet. Gleichzeitig gibt es auch irgendwas wie, wenn man hier drauf geht, habt ihr hier oben das. Geh auf Raubzug, um Pogeraid-Münzen zu bekommen. Das finde ich eigentlich auch cool. Es gibt verschiedene Raids, die euch hier mal angezeigt wurden. Wenn ihr die macht, kriegt ihr dafür auch Münzen. Das sind alle möglichen Raids, die es letztens gab, aufgelistet, sodass ihr jeden Raid einmal macht, damit ihr verschiedene Raids habt und dafür dann auch jedes Mal Münzen bekommt. Jetzt ist Iskala zum Beispiel hier drin, weil jetzt gerade das neue Event angefangen hat. Was brauchen wir noch? Was ist noch wichtig? Hier stelle ich das immer aus. Geschlossene Räume brauche ich nicht. Das Wichtigste ist trotzdem der Raid, die Raid-Übersicht, der Raid-Raum. Für die meisten interessant die Fünfer-Raids. Jetzt kommt bald Selve, Tobus, Westbrit rein. Viele können nur Westbrit raiden in ihrer eigenen Region und sind vielleicht darauf angewiesen, mitten in der Nacht mal mit ein paar Asiaten oder Amerikanern Raids zu machen, für die Pokémon, die sie dann noch brauchen. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein, was wir hier für einen schönen Raum finden können. Ihr sucht euch hier also einen Raum aus. Was ich vorher nicht wusste, diese Zeit, die da abläuft, ist die Zeit, wie lange der Raid noch da ist. Ich habe erst gedacht, das ist die Schlüpfzeit, deswegen habe ich am Anfang immer alle Raids verpasst. Das ist die Zeit, der Raid ist schon auf, es werden nur offene Raids gepostet mit einem Screenshot und die Zeit, die abläuft, zeigt euch, wie lange der noch da ist. Sobald eigentlich der Raum voll ist und alle geedit haben, geht der Raid auch los. So, was suchen wir denn hier? 5 von 6, schaffe ich es da noch rein? Ich drücke mal hier drauf, der Raid ist schon voll, da ist schon einer noch mit drin. Die machen das, das wird auch immer sehr schnell wieder aktualisiert. Wir gehen mal hier auf 4 von 6, der noch 33 Minuten läuft. Das wird auf Gäste gewartet. Ein 38er, 37er, 23er, 34er. Wir gehen einfach mal mit in den Raum, dann seht ihr den Hoster oben angezeigt, Level 37. Ihr könnt einfach den Trainer-Code wieder hier oben kopieren, beziehungsweise macht das das auch meistens selber. Ihr könnt hier auf PokeRate minimieren, Pokemon Go starten, was ich besonders cool finde. Dann habt ihr nämlich dieses Symbol jetzt hier oben. Ihr könnt den Hoster dafür adden. Seinen Trainer-Code habt ihr ja da automatisch kopiert. Jetzt habe ich gedacht, ich muss auch auf hinzufügen gehen. Das ist wieder der Vorführeffekt. Hinzufügen. So, wir gehen hier rein, geben den ein, adden den mal. Das ist also hier dieser Winz. Schicken wir mal raus. Und dann könnt ihr jetzt schön in eurer App bleiben, dass ihr seht, was in der App passiert, aber über dieses Feld immer wieder hier auf eure Lobby sozusagen zurückgreifen. Hier könnt ihr auch einen Haken reinsetzen, dass ihr den geedit habt, dass ihr sagt, okay, ich habe den Winz geedit. Dann könnt ihr auch gucken, was sich hier tut. Da steht immer nämlich diese Chronik da, wer alles reingegangen ist und wer wie wo was geedit hat. Können wir mal schauen. Nikolador hat eine Freundschaftsanfrage geschickt, also einer ist dabei. Hier wurde wieder geschickt. Rosas sind also zwei. Klandestrine sind drei. Ich habe auch jetzt geedit. Das sind vier. Theoretisch würde, glaube ich, noch einer fehlen. Ihr habt hier sozusagen auch einen Chat, wo ihr auch natürlich schreiben könnt. Der hat jetzt mittlerweile meine Freundschaftsanfrage auch angenommen. Das habe ich oben gesehen. Jetzt habe ich die 400 Freunde voll. Wo steht er? Der war neu. Der müsste hier unten irgendwo stehen. Winz, genau. Hier Winz Level 38. Und hier können die jetzt sehen, wow, Winz hat sogar schon eingeladen. So schnell geht er. So schnell und einfach, theoretisch. Ihr müsst nicht lange warten. Ihr geht jetzt einfach rein. Ihr braucht natürlich einen Fan-Raid-Pass. Werft den in die Lobby. Hofft, dass alle anderen auch reinkommen. Da sind jetzt sieben Leute drin. Der hat also vielleicht noch ein paar vor Ort. Und sucht hier rüber eben andere. Heilen muss ich jetzt, glaube ich, nichts. Geheilt ist schon alles. Gucken wir mal, ob wir die Namen wiederfinden, die wir gerade gesehen haben. Winz, also der Hoster, ist am Start. Evanescence. Klandestine haben wir gesehen. Hat geedit. Nicolador. Ramses der Dicke. Roxas. Janos Schwazul. Silvia Langer. Verfolg dich jetzt. Danke für die Verfolgung. Auch wenn ich... Das würde dann in dem Video sehen, wenn es soweit ist. Ihr seht, wir sind neun Leute. Das ist also eine feine Sache, oder? Und wie schnell das jetzt ging. Ich bin da drauf. Da standen verschiedene Räume. Wenn ein Raum voll ist, weil jemand schneller war, ist egal. Der Raum geht dann automatisch weg, wenn der voll ist und nicht mehr verfügbar. Ihr habt also dann nur noch Räume da. Im Prinzip. Vielleicht hätte ich noch mal Pokémon auswählen sollen. Quatsch. Wir sind genug. Wir schaffen das. Ich muss jetzt gar nichts auswählen. Es ist immer noch Luke, ja. Ihr wählt also dann euren Raum. Ihr habt automatisch den Trainercode von dem Hoster dann in eurer Zwischenablage. Ihr drückt auf den Button, dass sich Pokerate minimiert. Ihr in eure Pokémon Go App kommt. Was ihr hier auch seht, dass ihr dieses Pokerate Zeichen immer am Bildschirmrand mit habt. So, dass ihr jederzeit in der Pokémon App aktiv drin seid und mitkriegt, wann die Freundschaftsanfrage angenommen wird und wann die Einladung kommt. Gleichzeitig könnt ihr aber trotzdem, wenn ihr drauf drückt auf das Pokerate Symbol, kurz im Chat nochmal nachlesen oder den aktuellen Stand erfragen. Oder ihr könntet auch natürlich fragen, wann geht es los, sonst was. Aber meistens ist das so schnell, dass ihr reinkommt, addet den. Wenn der nächste kommt rein, addet, und dann lädt er direkt schon auch ein. Also, muss ich wirklich sagen, Pokerate, damals kam ich überhaupt gar nicht mit klar. Hab da einmal ein Video gemacht, wo ich noch nichts davon wusste. Das war alles sehr komisch mittlerweile, muss ich sagen. Macht das alles einen richtig guten Eindruck. Gerade auch, dass sich das so minimiert. Ihr das seht, nichts verpasst. Denn beim allerersten Video, was ich hatte, habe ich auch eine Freundschaftsanfrage dann rausgeschickt. Wollte auf den Raid gehen, auf die Einladung. Dann ist irgendwie meine App aber abgeschmiert, weil ich ja von da nach da wechseln musste. Kam zurück. Und als ich zurückkam, hatte ich dann, oh, er hat eingeladen zu einem Raid, aber dann war die Zeit leider zu knapp, weil meine App neu gestartet ist. Das war natürlich Mist. Wir bieten natürlich auf unserem Kanal auch immer an, Raids für Zuschauer. Das ist aber so immer an den Wochenenden, immer zu den Fünfern. Da muss man manchmal auch ein bisschen länger warten, je nachdem, wie viel los ist, wie viele Leute sich anstellen. Das sollte theoretisch für euch die letzte Instanz sein. Wenn ihr mit so einer App gar nicht klarkommt, wenn ihr mit der Telegram-Raid-Gruppe gar nicht klarkommt, dass die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, auch auf Raids für Zuschauer zurückgreifen können. Schön wäre es natürlich, aber ihr könntet die Telegram-Raid-Gruppe nutzen oder ihr könntet diverse Raid-Apps nutzen, wie eben Pogel-Raid. Ich habe nichts davon, wenn ihr das nutzt, aber ich finde trotzdem ist es wichtig, das zu zeigen, dass es das gibt und das zu verbreiten, weil das eben eine nützliche Hilfe ist. Denn ihr könnt ja auch theoretisch rund um die Uhr Raids machen. Das ist weltweit. Jetzt gerade europäische Zeitzone, bei uns gehen eh Raids okay, aber schaut mal, wenn ihr abends 23 Uhr ein Raid machen wollt. Bei uns gibt es nichts mehr. Aber bei Pogel-Raid gibt es trotzdem Raids, welche eben aus Amerika oder dann schon wieder aus Australien, aus Asien, aus überall. Da wird immer was gepostet. Da könnt ihr immer, wenn es euch passt und ihr gerade Zeit habt, dort auch Raids machen. Und ihr könnt dort, wie gesagt, auch selber Raids hosten. Ihr könnt auch den Raids beitreten, die gehostet sind. Bei uns ist es ja auch so, manchmal sind da 3, 4 Leute am Start und die tragen den Raid ein, um nochmal 5 dazu zu gewinnen. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass nur einer einlädt, 5 andere und die alle Low-Level sind, sagen wir mal durchschnittlich 20, dann kann es natürlich sein, dass ihr zu 6 auch so ein Lugia gar nicht bezwingen könnt, ihr das gar nicht schafft und das viel zu schwer für euch ist. Für solche Leute, die wirklich Low-Level sind und nirgendwo durchkommen und es nirgendwo schaffen, bietet sich Raids für Zuschauer an den Wochenenden bei uns natürlich immer an. Da wir 10 Leute einladen und ihr zu 10 seid, statt dann zu 6, das ist auch schon mal ein Unterschied. Jetzt können wir auch mal hier nach den Statistiken gucken. Janosch, letzter Angriff. Klandestine, 7700 Kilometer Entfernung. Ich bin wieder der Boss, ne? Hier, guck. Alle stehen ganz gechillt da. Ramses lässt wieder den Dicken raushängen. Äh, 14 Bälle, okay. Die Bälle sind natürlich jetzt nicht so krass, von der Anzahl, da ihr ja eigentlich mit niemandem großartig befreundet seid. Alles Fremde ist natürlich noch ein Unterschied, wenn ihr jetzt mit euren besten Freunden kämpft, dann habt ihr auch den besten Freunde-Bonus beim Angriff. Ihr habt mehr Bälle am Ende, wenn ihr fangen wollt. Jetzt habe ich immer dieses schöne Pogel-Raid-Symbol da oben drin. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es überhaupt fange. Immer schön einfach fabelhaft werfen natürlich. Also bei Lugia, wenn ihr das jetzt seht, könnt ihr das ja schon mal austesten. Aber ich glaube wirklich, für Selve, Tobuz, Vesprit ist das für viele einfach die Anlaufstelle, rund um die Uhr-Rades zu machen und vor allem in anderen Gebieten. Wer es trotzdem nicht schafft, wer damit nicht klarkommt, kommt. Raids für Zuschauer an den Wochenenden, kommt rein in den Stream, sonst was. Wir versuchen euch auch zu helfen. Wer die Hilfe aber von uns nicht braucht, weil er selber klarkommt, ist natürlich das Beste, was sein kann, theoretisch. Nicht abhängig zu sein von uns. Manchmal sehe ich auch Lobbys, da sind Leute drin, hier Level 50, Level 47, Level 45, Level, keine Ahnung. Also da, selbst wenn die zu 15, die schaffen das natürlich easy going. Dann gibt es aber auch Lobbys, das siehst du schon, da sind nur Level 20er drin und du denkst, ob die das schaffen und gerade die, die halt so niedrig sind, die könnten dann Raids für Zuschauer mitmachen. Jetzt haben wir das gefangen, finde ich auch richtig cool. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier rein auf meinen Chatraum. Da danke an alle. Klandestine hat die Arena schon verlassen, alle freuen sich. Da sind sogar hier, was weiß ich, Spanier dabei irgendwas. Du kannst jetzt ja auch dem Raum danken und ihn als abgeschlossen markieren. Dann drücke ich auch drauf und kann noch eine Bewertung geben für den Gastgeber des Raids, der Vince. War natürlich eine feine Sache von ihm, hat alles geklappt, ging ruckzuck, wird bewertet. Vince kriegt jetzt auch 5 Sterne. Und ihr seht das ja auch, wenn ihr bei Poker Raid dann drauf geht und ihr seht andere Räume. Raid Raum verlassen, jetzt muss ich nochmal da oben drauf drücken, obwohl ich ihn eigentlich verlassen habe. Ihr seht ja hier auch, die Bewertungen sind wichtig. Ihr habt hier oben eine Lugia Rate noch 57 Minuten. Der hat 4,8 Sterne. Das heißt, da wisst ihr, das ist einer, der schon viel gehostet hat und der wirklich gute Bewertungen hat, dem man vertrauen kann. Dann gibt es welche auch ohne Bewertungen. Manchmal steht auch da, dass die Raids nicht offiziell sind und da weiß man nicht. Aber je besser eure Bewertung natürlich ist, desto mehr Leute haben Bock bei euch mitzumachen. Hier ist auch einer mit einer Bewertung von 3,1. Ihr habt ja auch eine rote Schrift. Dieser Raid Raum ist nicht von Poker Raid verifiziert. Das Pokémon oder die Stufe des Raids können sich von den angegebenen unterscheiden. Da macht man natürlich nicht mit, oder? Da denkt man sich, nee, 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 das ist mir zu heikel. Ich nehme lieber einen, der richtig krasse ist hier so ein 4,8 oder irgendwas. Das sieht gut aus. Ich sehe, da sind jetzt auch schon 35, 34, 40, 29 drin. Kannst du noch fix rein vielleicht. Kannst dich mit eintragen. Kannst den nächsten wieder adden. Also finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, ob es so nötig ist, noch andere Sachen jetzt zu testen. Denn ich habe geguckt. Ich hatte noch geschaut hier. Es gibt ja auch die App Raid Party. Ja. Raid Party ist auch hier sowas für Remote Raids. Und dann gibt es Pokegenie. Pokegenie ist ja eigentlich eine IV-App. Aber mittlerweile kann man darüber auch Raids machen. Manche sagen immer, nutzt Pokegenie. Nutzt Pokegenie ist viel besser als Poke-Raid. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei Poke-Raid? Ich könnte nichts daran kritisieren. Also ich finde, das ist eine feine Sache. Wenn ihr Bock habt, wir können uns aber, wir können auch mal eine Folge über Pokegenie machen. Da schaue ich mir das ein bisschen an. Und wenn ich dann ein bisschen mit klarkomme, testen wir das noch. Und vielleicht auch Raid Party können wir auch noch testen. Und würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite. Poke-Raid, eure App. Wenn ihr Bock habt, nutzt die. Ladet die runter im Play Store, im App Store. Müsst es ja auch geben. Ich hoffe nicht, dass das wieder nur Android ist. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ihr seht, ganz gechillt. Einfach zu Hause sitzen. Schnell den Raid machen. Fix zwischendurch. Ist eine gute Sache. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out for out. Euer Ramses.